Ich bin sehr, sehr glücklich über den Sieg. Wir wussten, dass wir die Vorlage bekommen haben, aus eigener Kraft auf Platz 3 zu kommen. Dass wir es mit diesem Spielverlauf dann noch geschafft haben, mit einem Sieg herauszugehen, ist natürlich total besonders. Wir waren dann plötzlich 2-1 hinten, wussten nicht genau wieso, weil wir das Gefühl hatten, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel bis dahin gemacht haben. Und dann die Reaktion zu zeigen, ist heute ein tolles Gefühl. Die Stimmung ist im Moment sehr, sehr ausgelassen. Deshalb freue ich mich sehr für meine Spieler, für uns alle. Wir haben uns das natürlich ein bisschen anders vorgestellt in der ersten Halbzeit. Wir haben uns nicht verstanden, Dortmund irgendwo mal ein bisschen in Gefahr zu bringen. Wir haben uns selber das Leben sehr, sehr schwer gemacht heute. Dortmund hat es uns dann richtig schwer gemacht, war sehr giftig, was der Thomas sagt, sodass wir nie mal Ruhe in unserem Spiel reinbekommen haben. Bei Nuri ist Verdacht auf Außenbandriss, im Knöchel. Und bei Papa ist muskuläre Beschwerden, aber es wird eng für Mittwoch.